Meine Damen und Herren, heute spielen wir Golf, Minigolf mit Can. Weißt du, wie man mich im Kindergarten nannte? Tiger Woods, Digga. Wir kommen im Stream und dann wieder zugleich. Can meinte, er ist gut im Minigolf. Ich bin krass. Ich meinte, Bruder, ich meinte, Bruder. Wer hat sein Name zweimal gespielt, meinte er. Chat, um was sollen wir spielen? So fängt auf jeden Fall ein Video schon mal gut an. Wir lassen uns was einfallen, Digga. Ja, ja. Ich fang als erstes an, okay? Ja. Yallah, gib ihm. Oh nein, bitte nicht. 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 Das ist eine Zwei. Du hast sechs Schläge frei. Ja. Okay, und wenn du den sechsten auch nicht triffst, ist es eine Sieben. Oh. Ja, es war sehr leicht. Also, wenn du so weitermachst, Bruder, wird es sehr schwierig. Du darfst nicht so feste schlagen. Warte, er rollt noch. Vielleicht geht er noch rein. Dein Vierter kommt jetzt. Ja, vier. Also, wenn du willst, gebe ich dir ab jetzt Tipps. Dann bist du auch fast, Digga. Das macht mir erst keinen Spaß. Ich möchte keine Tipps, Digga. Und guck mal, du kannst ja auch noch die Liste hier zeigen. Gibst du so elektronische Bord? Wenn du unter 30 bist, bist du super. Wenn du zwischen ein, dass ich will sie hervorragend, eigentlich fühlst du dich auch ganz gut. Nur so weiter üben. Also, ich glaube, bei dir wird üben, üben, üben kommen. Boah, was das denn, Digga? Ach, la looping lui. Ich sage, du schaffst dir vier oder fünf. Los, Tiger Wutz. Loch ihn. Ihhh. Ihhh. Das ist eine Eins. Ah, komm schon. Oh, sehr gut, Digga, sehr gut, Digga. Das ist auch eine Zwei. Okay. Zählt das? Eigentlich nicht. Doch, doch, das zählt, Digga. Soll ich den Chat fragen? Also, Chat, er hat den Ball geschlagen. Er ist keine Ahnung, wie von hier hin gesprungen. Was sagt ihr? Das ist aber auch eine Konzent. Chat zählt? Konzentrier dich, Digga. Moment, jetzt noch mal. Okay, jetzt. Oh. Was? Warte, vielleicht kann man noch reingehen. Ja, eine Drei. Drei ist okay? Keiner in meinem Leben. Ich habe Mini-Golf gespielt. Ich habe noch nie so, dass er Ball über die Balken springt, Digga. Was? Die Drei gehöre ich dir, Digga. Die Punkte wirst du brauchen. Wunderschön, ne? Warte, ist eine Eins. Nein. Ist eine Eins. Ey, komm schon. Nein, 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 nein. Wieder eine Zwei. Bruder, wallah, bei dir läuft er mal zwei, zwei. Warte, ich leg dir den Ball noch hin. Danke schön, mein Bester. Ich küsse deinen Mann. Er zwischendurch, wie distanzlos davon? Es war sehr fest. Du schlägst ihn zu fest, Bro. Guck mal, sinnlos sein. Wallah, billah, sinnlos sein. Habt ihr irgendjemand mal so feste Schlagen gesehen? Krass. Wallah, ich habe den Ball noch nie so schlagen sehen und ich war schon sehr auf dir. Wir brauchen jetzt? Das war ein wichtiger Punkt, Digga. Weiß. Weiß? Boah, Janice, wie zu Hause. Wallah, er kennt ja alles auswendig, Digga. Das gefällt mir, Digga. Das kennst du hier. Guck mal, das ist ein Gummiball. Wenn du den feste Schlagst, kannst du den von der Hinten abholen gehen. Also bei dem Ball würde ich aufpassen mit dem Weißen. Ah, ach so. Hier ist das Loch oder was? Okay, let's go, Digga. Wallah. Oh mein Gott. Boah, nicht schlecht, Digga. Wallah, ich bin stolz. Das meinte ich. Hättest du ihn fest? Er war zu feste. Hättest du nicht feste gehabt? Der war perfekt gerade. Oh, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Du kannst ihn entweder ausrollen lassen oder du tust ihn halt wieder dahin, wo du willst. Oh, der war gut. Oh, der war nice, Digga. Glück mit drei Wallah. Das war, ich hätte echt ne 7 gedacht bei dir. Also hier ist eins der Pflicht. Was ist das denn, Digga? Also ich sag dir ehrlich, hier bin ich triggert. Wenn ich hier keine Eins habe, bin ich immer abgefuckt. Ganz takt. What the fuck? Der Ball kommt da hinten raus? Los, Pinball. Hier ist nur Gewalt, Digga. Nicht so krasse Gewalt, aber schon Gewalt. Ja, ist ne 1. Ist ne 1, ja. Nice, nicht schlecht. Der weiß ist ein Gummiball. Machst du ihn zu feste? Geht dazu. Okay, okay, okay. I understand. I understand, mate. Hier ist das Loch diesmal. Da ist Can und da ist Kylo. Jawoll. Nein, 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 nein. Sehr gut, Digga. Ja, das war schön. Komm, Digga, bitte. Bitte, bitte, bitte. Warte, vielleicht könnt ihr ja noch abprallen und runter reinrollen. Könnte passieren. Ohne Pusten, bitte. Ist nicht gut. Ja, nice. Ist nicht schlecht. Ist gut, Digga. Ich hatte letztens ne 7 hier. Janus in seinem Element, sagen die Bruder. Ich hab Tunnelblick. Janus zum ersten Mal richtig, richtig gute Laune und Spaß, Digga. Sag dir ehrlich. Irgendwie da 1 oder 7. Inshallah, trefft er nicht. Einmal meine Nerven verlieren dann vorbei. Inshallah, trefft er nicht. Komm. Kann ich hin, ne? Hör auf, ja. Wo ist denn das Loch hier? Das ist der Sand. Ach, der Sandkasten ist das Loch. Ja, guck, der ist untergerollt. Ich muss verneu. Ah. Ich kann ja theoretisch auch direkt hier hinlupfen, ne? Ja. Boah, ich werd ihn so was von lupfen gleich. Pass mal auf, Chat. Wallah, wichtig. Wallah, billah, wichtig. Lupf nicht. Lupf nicht. Gerade schlagen ist wichtig. Weißt du, was ich mein? Wallah, nicht schlecht. Abfall. Ist rausgesprungen. Wallah? Ist zu fest, du, Bro. Der war nicht gerade genug. Der war nice. Ah, schade. Ah, schade, Bro. Guck mal. Ach, Gott, wie schwitzt er, Chat. Digga, weißt du, was cringe ist? Was denn? Ich erzähle jetzt, warum Allmanns Allmanns ist, okay? Nein, nein. Die Partie hat uns 6 Euro gekostet. Ja. Ich runde auf auf 10 Euro, ja? Ja. Ich sag gar nicht, was er gleich bezahlt, aber nicht vergessen, bitte. Ehrlich? Checkst du, wie ich mein? Oh nein, Alter. Oh, ist ne 1. Ist ne 1, Digga. Das ist nur Glückssache, Bro, ob der reingeht danach. Ich sag dir ehrlich. Krass, nicht schlecht. Jalla. Boah, wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Nein. Okay, das war der dritte. Baby, 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 Baby. 1, Bruder, 1. Ach, Lehn, Ach, Lehn. Ach, Lehn. Ja, okay, der ist so 2, sag ich. Nein. 2, sag ich, oder? Oh, ich bin ein 2er, Digga. Ja, das wird ein 2er, Digga. War fast ne 1, wa? Er rollt zurück. Da musst du geschmeidig sein, weil wenn er gegen die Kurven knallt, kommt er zurück. Ja. Ja, der war gut. Ja. Oh. Ja, ist dabei. Oh mein Gott. Warte, lass ihn laufen. Ja, ja, der ist. Oh, Mann. Warte mal, ist das mit Tunnel und so? Du kannst auch so hoch, wo du treffen willst, aber ich glaube, wenn du die Röhre triffst, ist das eine 1. Ja, wichtig und richtig, Digga. Ja, das wird nur 3, glaube ich, ne? Es soll, ich trage enge Hosen, damit man meinen Sch*** sieht. Papi. What the fuck? Also das in Zeitlupe bitte einmal. Es war wieder so, keine Ahnung, was das war. Das war, ach so, ach so, ja komm. Habt ihr den Slowchain angemacht, Motz? Habt ihr den Slowchain angemacht, Motz? Okay, das wird nur 2, Bruder, sag dir ehrlich. Ja, und wie gesagt, das ist immer noch der weiße Ball und nicht so fester, weil sonst kommt der Ball wieder zurück. Oh ja, das war ein schöner Schlag. Baby, komm, bitte, Digga. Einmal. Das war ein schöner Schlag, könnte ein 1 sein. Ist ein 1, ja. Komm, Bruder. Einmal, wenn es... War sehr, sehr nice. GG, Digga. GG war nice. Sehr stark. Achla, wasserrutsche? Okay. Scheiße, Digga. Das wird nur 1. Nein, das ist kein 1. Das wird nur 2. Richtig. Wallah, Bilder sogar, das ist nur... Wallah, jeder, der Minigo hat gespielt hat, er weiß, was er da macht, ist eigentlich unmöglich. Es ist eigentlich unmöglich. Chat, habt ihr das gesehen, Digga? Wichtig und richtig, Mann. So, das ist die Vulkanstraße. Wegen dem Vulkan. Okay. Los, Vulkan. Heller los, du Murdoch. Ja, ist nice. Gibi, babe. Alla nice. Also, pass auf, pass auf. Ich geb dir jetzt einen Tipp. So, zeig mal, die Bahn erst mal. Kannst du schlagen, wie du willst? Achla Snowboard. Kannst du schlagen, wie du willst? Zeig mal die Bahn, Digga. Dann kannst du auch checken, warum. Ach, ach, das ist mit Netz. Also, warte mal. Du musst von hier schlagen, über Sprungschanze von Österreich und dann hier rein. Chat, ich werd hier die Eins raushauen. Der war... Kann er nicht. Das war die Eins. Also, das war der Zweite, jetzt kommt der Dritte. Ja, alles klar. Alles klar. Ich schaff hier immer sieben. Ich schaff hier immer sieben. Ey, Bruder, heute ist mein... Ja, ja, ist okay. Ist das Wallah lang? Ich hab noch nie diese Bahn geschafft. Kann man machen. Der war nicht schlecht, aber... Oha. Andere, Mann. Boah, Bruder. Ungelogen. Ich hatte noch nie hier mehr als zwei. Oh mein, der ist drin. Oh, zu kült, Mann. Ja, ist ne Eins. Oh mein... Jetzt aber. Was? Boah, wie soll das jetzt gehen? Ne, du musst hier von... Ja, du kannst doch von da machen. Ja. Ja. Ist eine 5. Die scheiße. Oh, das ist sehr gut, Digga. Boah. 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 Ja, wow. Und der geht jetzt rein, oder was? Nein. Doch. Nein, nein. Geht mehr so, Bro. Geht mehr so, Bro. Vier hast du insgesamt, also ja? Vier. Also das hab ich jetzt... Überhaupt nicht verste... Aber... Wieder ungewolltes Glück, Digga. Was redest du an? Okay. Ich würd's dir gönnen, Digga. Oh. Heute ist nicht mein Tag. Eigentlich bin ich besser. Boah, der war schön smooth, Digga. Hat mir gefallen. Boah, schade. Hallo, Wasserrutsche. In Antalya. Siegt den Gitarren. Ey, Magnet, Marlon. Das war Magnet, Digga. Krass, Alter. So, also zum... Chat. Zum Abschluss mache ich jetzt eine Eins, Digga. Zum Abschluss. Pass auf jetzt. Warte, er könnte noch... Auf gut Glück reinkullern, ja. Schade. Ist ne zwei, wenn's gut läuft. Nein, riskier's nicht. Weil ich schreib die drei auf. War ne zwei, mein bester. Ich zähl mal ganz schnell. Egal, wie sind die Sieger der Herzen für heute? Um was haben wir noch mal gewettet? Um ein Eis. Ist das gut? Ja. Hauptsache noch mal halb Spaß. Ich hab falsch gezählt, ja. Uh, Minigolf. 37 hab ich. 37 hast du? Guck mal bitte bei der Liste, wie das ist. Boah, das ist stark, Digga. Das ist eine sehr krasse Runde. Ist das so stark? Bahnrekord ist 22 hier, oder was? Ja, ein Land. Wow. Wo steht denn hier, was ich hab? Wow. Ich bin hervorragend, mein bester. Du bist hervorragend? Hervorragend, mal gucken, was du bist. Was bin ich, mach mal. 47. 47? Oh, das ist gut, Digga. Auch ganz gut, ist okay. Als ich gesagt habe, hatte ich 54, letztes Mal. Guten Tag. Also hast du mit 10 Punkten gewonnen, oder was? Mit 10 Punkten. Wallah, GG, Digga. Freunde. Also wenn ihr gegen mich... Hatte Spaß gemacht, Digga. Ja. Wenn ihr gegen mich Milibar spielen wollt, um Geld, könnt ihr euch gerne melden. An dieser Stelle, ich hoffe, ihr hattet Spaß, Digga. Ich hatte sehr viel Spaß. War mal was anderes. Ich bin doch so Türken, die einmal mehr so deutsche Aktivitäten machen. Oder genau so habe ich mich gefühlt heute. Freunde, danke, dass ihr am Start wart. Wir beenden den Stream und das Video, wenn euch das gefallen hat. Und ihr mehr solche Sachen sehen wollt auf diesem Kanal, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich freuen. In diesem Sinne, Peace. Abonniert den Kanal! Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal.